Achtung, eine wichtige Durchsage. Diese Nachricht dient Ihrer eigenen Sicherheit. Unser Land befindet sich in einer Krise. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen. Was ist das? Als Sie in eine bedrohliche Situation geraten, ist es wichtig, dass Sie nicht in Panik ausbrechen. Verdammtes Weizen! Um Himmelsweh und sein Arm ist ausgerissen! Versuchen Sie, unbemerkt zu bleiben, damit Sie nicht entdeckt werden. Zwei Sekunden. Benutzen Sie Waffen zu Ihrer Verteidigung. Nein, nein, nicht meine zweite LP! Nein! Paper Rain? Nein, I know the times. Auf keinen Fall. Dire Straits. Gib Feuer! Oh! Und denken Sie dran. Um die Angreifer aufzuhalten, müssen Sie ihnen den Kopf entfernen oder das Gehirn zerstören. Geht klar. Hey! Nein, das bringt nichts. Sind Zombies da draußen? Sag das nicht! Warum nicht? Weil das lächerlich klingt. Ich komme! Da sind Sie! Jetzt Vorsicht! Haben Sie sich wehgetan? Shaun of the Dead. Eine romantische Komödie. Gott sei Dank. Mit Zombies. Mit Zombies.